Kaum aus Triest wieder zurück. Geht's gleich weiter. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt, wo ich schon mal in Graz bin, die Crevet-Strecke zu fahren von Graz nach Wien. Das sind laut meinem Carew so um die 260 Kilometer und 4.500 Höhenmeter. Es ist jetzt schon reichlich spät, es ist halb zehn, weil ich gut gefrühstückt habe und mich auch gut ausgeschlafen habe, damit ich fit bin. Mal schauen, ob ich das jetzt irgendwie auf zwei Etappen mache oder durch die Nacht fahre zum Crevet. Es ist super organisiert. Ich glaube, ich habe jetzt 35 Euro bezahlt. Man bekommt ein sehr schön gestaltetes Routebook, eine GPX-Datei und man muss so einen Rahmen ausdrucken, den man dann bei den Checkpoint-Fotos ins Bild halten muss, sollte. Ich bin schon gespannt. Vielleicht kann ich dann später noch ein bisschen mehr zu Crevet erzählen. Ich sollte jetzt mal in die Gänge kommen. Nicht, dass ich da gleich in die Nacht fahren muss. erst der Climb nach Maria Trost. Erledigt. Jetzt geht es gleich einmal 18 Prozent drauf. Ja, so lässt sich es aufwachen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt top. Aber was soll ich sagen? Ich bin jetzt zehn Kilometer unterwegs. Schauen wir, wie es weitergeht. Schauen wir, wie es weitergeht. Schauen wir, wie es weitergeht. Das war jetzt das erste Stück durch den Lechwald, falls ich es richtig ausspreche. Dann bei Kumbach vorbei. Und jetzt bin ich gerade bei Radling. Da war jetzt gleich so ein kleiner Waldweg. Stark verwurzelt. Ist natürlich nicht leichter gemacht, als es gestern geregnet hat. Ich bin jetzt am Weg zum ersten Checkpoint bei Kilometer 34. Checkpoint nennt sich Vertigo. Man muss an den Checkpoints immer ein Foto machen. Mit so einem Rahmen, den man sich ausdruckt. Es ist eine Frage dabei bei jedem Checkpoint, die man beantworten muss. Ich glaube bei Vertigo war es, wie steil der Anstieg ist. Ja, ich bin schon gespannt auf den ersten Checkpoint. Ich habe jetzt leider keine Markierung oder irgendwie einen richtigen GPS-Punkt, wo dieser Checkpoint sein soll. Ich bin jetzt einfach diesen Climb fertig gefahren. Ich nehme an, es wird passen. Nächster Checkpoint wird noch ein bisschen dauern. Ich genieße jetzt mal die Abfahrt, weil es ist schon sehr, sehr warm heute. So, ich habe es geschafft. Zweiter Checkpoint. Ein Wunderbrunnen. Da dürfte es Getränke geben. Und zwar gibt es hier eisgekühltes Bier und einen Brunnen. Ich muss hier erraten oder herausfinden, wie viele Etagen dieser Brunnen hat. Ich glaube, er wird von diesem Bach hier unten gekühlt. Darf ich natürlich nicht verraten. Muss jeder selber herausfinden, wie viele Etagen das sind. Großer Danke dann die Edelseer, die einen Wanderweg ins Leben gerufen haben. Bitte bessert es mich aus, falls das nicht stimmt und ich Missinformation spreade. Ja, ich werde mir hier ein Getränk gönnen und dann geht es weiter. Und jetzt wieder. Oh-oh-oh. Geht' kidneys und runter. Und jetzt riders church có individuellenольш完成. Shannon Beow. Genau. Und jetzt, immer. invented das echt so. Da ist man am Ende von einem sehr anstrengenden Climb und dann sind da die Türen zu, oder die Tore besser gesagt. Ja, ist ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da weiterkomme. Da ist jetzt irgendwie ein Wanderweg. Schauen wir mal, ob es da weitergeht. Auf jeden Fall jetzt, was war das? Falkenstein Fischbach. Ja, erster Checkpoint war irgendwie ein steiler Climb, aber dieser Climb stellt den aber sowas von in Schatten. Sehr steil. Schotter. Bis später. So, im Dickicht noch einen Wanderweg gefunden. Auf jeden Fall dürfte die Route in einen kleineren Wanderweg münden. Das zeigt mir der Computer aber leider nicht an. Und so geht es weiter. Ich hoffe, ich störe die Kühe da nicht und die finden mich so cool, wie ich sie cool finde. Und ich glaube, die sind Wanderer gewohnt. Und weiter geht's. Das Gewinneressen würde ich sagen. Ich bin jetzt in Krieglach. Glaube ich so 100 Kilometer. Die Abfahrt darunter absolutes Highlight bis jetzt. Am Anfang wurzelig und sehr gatschig. Aber jetzt Schotter und Full Speed. Ich habe leider nicht mitfilmen können, sonst hätte ich mir das Handy aus der Hand geworfen. Aber unglaubliche Abfahrt. Jetzt ein kurzes Päuschen und dann geht's weiter. So, jetzt geht's direkt Richtung Semmering. Es ist vor lauter Freude über den schönen Downhill. Und vorher dieses Herumklettern bei dem Tor, damit ich weitergehen kann. Und dann bei einer Hütte vorbeifahre, vergesse ich sogar, dass die Hütte ein Checkpoint gewesen wäre. Ja, was soll's. Auf Tasterbech. Weiter geht's Richtung Semmering. Und zur Zeit geht's sehr gut. Ich habe noch Käse und Volkorn Weckerl im Jersey. Also es wird bis Wien reichen. Kurzes Päuschen, Akku wechseln am Schaltwerk und die super Ausblicke genießen. Da am Semmering noch steile Abfahrt nach Klognitz sieht man wahrscheinlich nicht so gut am Video. Aber da geht's schon ordentlich dahin. Also gute Bremsen sollte man auf jeden Fall dabei haben. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt ist es schon ziemlich dunkel, ich bin gerade über Wöllersdorf gefahren und jetzt geht es dann schon Richtung Bad Füßlau. Bis jetzt gute Runde, aber schon zum Großteil Asphalt. Aber sonst die Gravelabschnitte sind anspruchsvoll und auf jeden Fall viele neue Sachen, die ich noch nicht gekannt habe. Ich glaube es sind noch so 70 Kilometer, 1400 Höhenmeter. Machen wir, kommen wir ganz früh in Wien an. Ein Tag nach dem Gravelabschnitte. Bei W habe ich mich jetzt ein bisschen erholen können. Ich muss dazu sagen, ich bin die Strecke nicht ganz fertig gefahren. Ich bin nicht bis zum Heldenplatz, sondern gleich in Meidling zu Hause abgebogen. Den vorletzten Checkpoint, ich glaube, dass der bei Baden ist, den habe ich leider nicht gefunden. Es war dann schon recht dunkel. Und die Tage davor war ich ja in Dresden unterwegs und im Sochertal. Das habe ich schon ein bisschen gespürt und war nicht ganz fit und habe mich dann entschieden, gleich nach Hause zu fahren. Die Strecke an sich ist super. Es ist schon ein Großteil Asphalt. Falls es eine zweite Edition gibt von der Graveestrecke Graz nach Wien, würde ich es nochmal fahren und mir ein bisschen mehr Zeit lassen beim Studieren des schönen Routebooks, das wirklich schön gemacht ist. Ich muss dazu sagen, ich habe halbe Stunde bevor ich losgefahren bin, habe ich mir das Routebook runtergeladen und recht schnell überflogen. Und dem würde ich beim zweiten Mal dann mehr Aufmerksamkeit schenken. Bis dann! Gastety现ert